Was geht ab Freunde des Horrors und herzlich willkommen zu einer neuen Kanal-Info-Folge. Ich starte jetzt ein Partnerprojekt mit dem Sultan und zwar spielen wir Freitag der 13. und Dead by Daylight. Ich habe hierzu auch die Kanale in den Kanal-Infos, die neuen Kanal-Zeiten eingetragen, sodass man sehen kann, wann was stattfindet. Ich erkläre euch kurz, wie das Partnerprojekt funktioniert. Wir spielen zum Beispiel Freitag der 13. und wenn ich Freitag der 13. rausbringe um die Zeit, läuft parallel beim Sultan Dead by Daylight, wo ich auch da mit dabei bin. Und andersherum, wenn bei mir Dead by Daylight läuft, läuft bei ihm Freitag der 13. Hierzu habe ich das auch verlinkt. Also ihr könnt ganz einfach beim Sultan reinschauen. Ich wünsche mir auch, wenn ihr ihn abonniert, er macht richtig gute Streams, macht Community Games, lässt sich also mit teilhaben an seinen Erfolg. Und ja, das war es an dieser Stelle. Ich bedanke mich fürs Zuhören, supportet das ganze Projekt, das wäre noch nice. Haut rein!